Nun verlassen wir die A1 und fahren am Kreuz Leverkusen hier auf die A3 Richtung Supercharger Oberhornefeld, Restprozentwert sind dort 29 wenn wir ankommen. Das ist wunderbar das Navi zeigt einem ja alles an was wichtig ist. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ja der Ladepark ist der Wahnsinn, also wirklich 40 Ladesäulen riesengroß, einfach irre. Da war aber auch recht viel Betrieb, es ist halt Hauptferienzeit, aber es ging natürlich bei 40 Ladesäulen. So wir haben hier einen leckeren Schlammkuchen gegessen, haben lange Mittagspause gemacht und fast auf 90% geladen, also viel mehr als wir für die Weiterfahrt wieder brauchten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. So Highlight nach dem Mittagessen, ein schwarzer Model 3 mit Metallic, Türkis, Grün hinten, das ist natürlich der Hammer. So jetzt seht ihr hier die normalen Ladesäulen für die anderen Autos, da haben wir dann 10 Plätze, was ja auch schon recht viel ist. so ja auch schon recht viel ist. Vielen Dank.